In diesem Video sehen Sie, wie RTD-Produkte in Tahoma eingelernt werden. Hinweis Die Benutzeroberfläche in diesem Video kann geringfügig von der tatsächlichen Oberfläche abweichen. Hinweis Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Tahoma Connect oder Premium an das Stromnetz angeschlossen und mit dem Internet über LAN verbunden ist. Hinweis Für das Einlernen von RTD-Produkten benötigen Sie entweder einen internetfähigen Computer, ein Windows-Tablet mit installiertem Flash Player oder ein iPad mit der Tahoma-App. Mit einem Android-Tablet muss das Einlernen über den Internet-Browser erfolgen und nicht über die App. Tahoma Premium hat das RTD-Funkprotokoll integriert. Bitte beachten Sie, dass bei Tahoma Connect unbedingt ein RTD-Modul angeschlossen werden muss, damit Sie Ihre RTD-Produkte einlernen können. In unserem Beispiel verwenden wir einen Computer, um die Produkte einzulernen. Gehen Sie mit Ihrem Browser auf die Website www.mytahoma.com. Loggen Sie sich in Tahoma mit Ihren Zugangsdaten ein. Sie befinden sich jetzt auf der Bedienoberfläche von Tahoma. Drücken Sie den Menü-Button und wählen Sie dort Systemeinstellungen aus. Sie gelangen automatisch auf die Registerkarte I.O. Wählen Sie die Registerkarte Sonstige SOMFI-Produkte aus. Auch wenn hier noch keine Produkte eingelernt sind, wird bei Tahoma Premium das Touchpad-Symbol angezeigt. Um dem Touchpad auf der Tahoma Premium eine Funktion zuzuordnen, kann bei Auswahl unter Konfigurieren ein entsprechendes Szenario ausgewählt werden. Klicken Sie auf Hinzufügen und dann im Produktauswahlfenster auf Sensoren. Klicken Sie auf OK. Jetzt bekommen Sie eine Auflistung einiger Sensoren gezeigt. Wählen Sie nun Ihren Sensor aus und klicken Sie auf Weiter. Drücken Sie die im Auswahlfenster markierte Taste auf Ihrem jeweiligen Sensor oder Melder. Warten Sie bitte, bis Tahoma den Sensor oder den Melder findet. Wenn, wie in unserem Beispiel, der Funköffner-Melder erfolgreich hinzugefügt wurde, benennen Sie ihn und bestätigen mit OK. Der Schaltzustand des Melders oder Kontaktes wird im Symbol direkt angezeigt. Wenn Sie einen erkannten Sensor oder Melder in der Registerkarte auswählen, können Sie ihn auch umbenennen oder löschen. Gehen Sie jetzt zurück zur Tahoma-Startoberfläche, um die Funktion des Melders zu sehen. Sobald sich die Türposition ändert, sehen Sie den jeweiligen Türzustand auch auf der Tahoma-Oberfläche. Wenn Sie den Funköffner-Melder wie in unserem Beispiel auf der Tahoma-Oberfläche anklicken, bekommen Sie eine Zustandsinformation samt Verlaufshistorie.